Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ich musste mich tatsächlich zwingen, die letzte Folge schnell zu beenden, denn ich glaube, ich bin total über die Zeit hinausgeraten. Ich will ja nicht mehr wie 30 Minuten Folgen machen. Also, falls die letzte Folge Überlänge hatte, das bitte ich zu entschuldigen. Ich muss jetzt tatsächlich auch auf meine Zeit achten. Ich nehme eine Stunde 38 auf, das heißt, circa eine halbe Stunde, das heißt, bis zwei Stunden zehn circa muss ich dann die nächste Folge beenden, enden spätestens. Ja, mir macht es gerade tierisch Spaß, uns das Dörfli, das wächst und wächst und wächst. Die Animals eaten immer noch mein Crop, also da hinten unseren Weed. Das ist das Praktische hier hinten in diesem Eckli. Ich habe hier hinten tatsächlich nur das hier. Hier keine Tiere mehr, Fruit Getterer und den Bäcker. Macht sich natürlich ein bisschen unbeliebt, muss ich sagen, weil ich muss sagen, Set Delivery. Ich habe für das hier eigentlich gar keine, kein Storage angelegt. Alles klar, das wird eigentlich direkt verarbeitet. Das kommt vom Feld in die Windmühle und von der Windmühle direkt hier rein, also das Mehl wird hier tatsächlich gelagert. Der kann hier eigentlich arbeiten wie doof. Der, den muss man mal, wir brauchen wieder 40 Papier wie beim anderen, an Anterren, anderen Bäcker auch. Kohle friert, Holz friert, kann ich da noch eingeben. Das ist ein bisschen, ich weiß nicht so recht. Wir werden auf jeden Fall mal kurz schauen, was haben wir gerade an Geld. Wir haben knapp 5000. Da unten hatte ich was bestellt, da hatte ich gar nichts bestellt. Ich hatte verkauft, hier hatte ich verkauft. Dann muss ich jetzt gucken, dass ich nochmal Paper reinbekomme. Was sagen unsere Tools? Da nehmen wir auch nochmal welche rein. Zehn Stück reichen. Papaya, Kokonate, Schokolade brauchen wir keine, Cotton brauchen wir keine, Apropos Cotton. Ich muss gleich mal schauen, was meine Schafbarn da oben macht. Papier brauchen wir 40, Wheat haben wir keine und das lassen. Und das machen wir jetzt einfach mal so. Perfekt. Dann würde ich mal sagen, was macht eigentlich unser Pottery? Wir haben 300 Pottery. Furniture. Animals are eaten, immer noch mein Crop. Ich finde das zum Kotzen. Meine kleine Schafbarn. Meine kleine Schafbarn, die hier hinten vor sich hin schafft. Kill when above full capacity. Nein, machen wir auch halb. Das funktioniert genauso gut. Wenn du das mal so nehmen würdest. Dankeschön. Produziert nichts. Animals 6 und 15. Hier ist bis jetzt noch nichts passiert. Großartig. Aber diese kleine Schafbarn bekommt hier hinten auch noch ihren Storage, ihren eigenen. Storage, den parken wir hier gegenüber hin. Da wollte ich eigentlich noch ein paar Häuser hinbasteln. Dann machen wir das hier so. Dann machen wir Disallow All. Dann werden wir hier Wood, Wool. Und irgendwo war noch Lähm. Fleisch. Lähm. Hier. Okay. Dann haben wir das hier. Das kann ich hier keine Dinge setten. Okay. Aber dann passt das hier soweit. Dann hat das sein Storage. Das hier hat hier vorne sein Storage. Den ich tatsächlich auch noch erweitern möchte, wenn ich ehrlich bin. Und zwar von hier bis hier. Dann haben wir das hier nämlich. Dann machen wir hier nämlich auch noch. Das warte ich jetzt mal kurz. Kann man eigentlich, wenn ich den hier set delivery card. Genau. Den parken wir hier hin. Und hier würde ich tatsächlich noch Felder hinmachen. Wenn die schon unser ganzes Ding essen. Und hier hinten würde ich tatsächlich noch unseren... Wenn ich den dann endlich mal noch finde hier. Hä? Manchmal wird der einem hundertmal angezeigt. Und du willst den nicht haben. Und dann... Und dann... Forrester. Wieder kein. Industry. Wild card. Mine card. Snatch. Candle maker. Brauchen wir nicht. Äh... Build and unlock industry. Scheiße. So. Okay. Funktioniert nicht. Der wird mir immer noch nicht angezeigt. Also... Was ist hier? Haben wir einen Obdachlosen? Wo kommst denn du her? Der Immigrant, der hier obdachlos ist, der... Der, der, der ist da obdachlos, ne? So ein bisschen. Gut. Dann parken wir hier unten noch ein Häusli hin. Direkt neben die Schule. Machen wir hier noch ein Häusli hin. So. Ich muss mal bei manchen Dingen die Priorität rausnehmen. Du hast keine Priorität. Der Clay hat auch keine Priorität. Was hat denn eigentlich noch alles Priorität? Oh, mein Bierlager wird langsam, aber sicher voll. Und hier stehen schon wieder Bäume. Das war vorher nicht so. Da hat der Forrester tatsächlich gute Arbeit geleistet. Die würde ich jetzt tatsächlich hier rum, aber tatsächlich noch ein bisschen abholzen. Nee, nicht da hin. Aber die da so. Genau. Oh, ich bin ans Mikro gekommen. Entschuldigung. War keine Absicht. Das Eckli hier hinten gefällt mir ziemlich gut sogar, muss ich sagen. Wir können hier hinten auch noch ein paar Häuschen hinbauen. Und jetzt warten wir mal. Die da vorne müssen wir sowieso erst noch bauen. Da hinten können wir auch noch reinbauen. Die müssen hier da tatsächlich. Das wird schon werden, denke ich mal so. Mittlerweile sind wir ziemlich groß. Wir sind nur noch sechs Crow Population davon entfernt, die nächste Stufe zu erreichen. Wir haben 104 Erwachsenen, 40 Kinder. Nehmen wir jetzt erst immer noch mein Crop. Und Robert died of Old Age. Das ist gut. Der hat sein Leben lang in Cat City verbracht. Wir haben 37 Labore, obwohl wir genug zu tun haben. Und Bilder sind es vier. Boah, ihr seid echt geil. Was soll ich dazu jetzt sagen? Wir haben wie viel Geld? Wir haben knapp 5.000. Wir haben 835 Incoming. 12.153 irgendwas. Influencer oder was. Das ist, ich habe keine Ahnung. So, hier ist es wieder mal ganz ruhig. Also essen und so haben wir wirklich genug. Medizin habe ich bis jetzt nur das hier. Das könnte man tatsächlich noch ausbauen, wenn es denn so weitergeht. Wir können auch tatsächlich die Weed Produktion eher in diesen Teil hier schieben, hier hinten reingehen und hier vorne dann mehr das Medical Herb anbauen. Was ja tatsächlich auch so von mir geplant war. Dieses Steinlager wird einfach nicht benutzt. Ich habe das hier ja auf Pause gesetzt. Und Pottery wächst, wächst auch immer mehr. Ich habe eine konstante Anbaurate überall. Und es ist tatsächlich hier ziemlich... Wo liegt denn meine Zufriedenheit bei der Leute, bei der Leute vor allem, bei den Leuten bei 103 Prozent? Wir haben 5.100, 835 Incoming, 12.000 Influencer-Punkte. Und jetzt gehen wir mal wieder hier rein. So, Trading Company. Wir haben, können eine Trading Company. Medicine Maker. Ich frage mich gerade... Medical Herb, Implantation, Sawmill, Shallow Water and Break. Medicine Maker ist Spyguard. Das ist überhaupt gar nicht so schlecht, wenn wir den Seide Trading Company... Ja, ist gar nicht so falsch. Aber ich würde mich tatsächlich jetzt auf die Medizin hier ein bisschen versteifen wollen. Market Card. Wir haben... Äh, ne, wir können traden. Okay, lass uns mal traden. Wir fangen oben an. Oben sind die vielen Sachen, die wir gut raushauen können. Wir können Steine verkaufen, wir können Fisch verkaufen. 80 Fisch. Und Furniture nochmal. Geht natürlich nicht. Ja, rum auch. Dann machen wir hier mal die Hälfte rein. Und hier noch die Hälfte. Mal geht mehr, mal geht weniger. Ich glaube, bei dem Großen, bei dem Kleinen gehen tatsächlich nur kleine Dinge. Was wird denn hier gebaut? Weiß ich gerade überhaupt nicht. Wir haben ein bisschen mehr jetzt wieder. Was wird denn da gebaut? Was ist denn das? Ach, das sind die Häuser. Ähm, den Market. Würde ich tatsächlich hier so, weil das hier so der kleine Marktplatz ist, würde ich sagen, hier so hin machen wollen. Das ist eigentlich ganz schnuckelig, weil hier sind die ganzen Wohnhäuser dazu. Hier hinten haben wir die Industrie. Hier können wir einen grünen Gürtel machen, so. Mit hier noch ein bisschen Storage. Der Clay wird hierhin geliefert. Und hier haben wir noch Tools. Wie viele Tools haben wir denn noch? Ich möchte die eigentlich immer wieder ein bisschen mitkaufen. 20 Tools? Das ist nicht gut. Dann bestellen wir gleich nochmal ein paar. Die sind halt verdammt teuer. Und wir müssen die tatsächlich regelmäßig dazu kaufen. Ähm, sonst geht uns langsam alles aus. Wir haben noch einen Immigrant dazu bekommen. Die Häuser werden nach und nach hier gebaut. Da ich kein Prio drauf setze, passiert hier aber auch nichts. Dann setze ich mal Prio rein. Hier hinten hatte ich doch ein Haus gebaut. Wo fahre ich denn wieder hin? Das ist mittlerweile auch fertig. Beziehungsweise, Moment, das war doch oben. Oder? Nein, doch nicht. Hey, hatte ich ja keins hingebaut. Ich war der Meinung, ich hatte hier was hingebaut, oder nicht? Das Weed, das wird hier alles bearbeitet. Hier oben war der Fruit Gatherer. Mann, der macht hier ganz schön. Wunderbar. Dann verschwindet das hier hoffentlich wieder, weil das hat dann nichts zu suchen. Der hat hier einiges zum Sammeln, das ist okay. Deswegen möchte ich da auch nicht unbedingt eben meine Dinge wegmachen. Wir brauchen hierfür eigentlich, obwohl wenn es direkt in die Mühle läuft, ist das doch auch in Ordnung. Die Taverne hat immer noch nur zwei Gäste. Naja, was soll's. Hier hinten haben wir schön weggeholzt. Das ist alles in Ordnung. Das bleibt so weit, wie es ist. Und ich denke, nach dieser Folge hier werde ich die Aufnahme dann beenden. Dann nehme ich schon wieder zwei Stunden auf. Schneiden und rendern. Muss ich ja auch noch. Ab heute hat die Folge... Ne, ab morgen. Heute kommt Folge 9. Heute ist Dienstag. Also, ab morgen werden die Folgen hoffentlich ein besseres Bild haben. Denn ich habe ja schon erwähnt gehabt, dass ich mir ein neues Renderschneideprogramm geholt habe. Damit bin ich nicht unbedingt klargekommen. Und ich fand es auch scheiße, dass man da nur exportieren kann und nicht abspeichern kann. Also, die fertige Folge rendern und abspeichern. Es sei denn, ich habe es einfach nicht gesehen. Das kann natürlich auch sein. Das passiert bei mir manchmal öfter. Ähm, dass ich einfach es nicht sehe, was denn da so passiert. Ähm, aber ich habe in meinem alten Schneide- und Renderprogramm, habe ich dann ein bisschen rumgekruschtet. Habe ich mir tatsächlich ein bisschen Zeit genommen, um mal reinzuschauen, mir das alles genauestens anzugucken. Und, äh, habe tatsächlich die Einstellungen so gefunden, Gott sei Dank, dass ich die Größe angeben kann. Und ab morgen müsste die Qualität der Videos tatsächlich besser sein. Ich hoffe, klopfe aufs Holz. Ich hoffe tatsächlich, dass es so sein wird. Ähm, ähm, ich werde es morgens sehen. Ich habe noch nicht in die Videos reingeguckt, weil ich mich ehrlich gesagt nicht traue. Ähm, aber ich werde das schon, schon irgendwie hinkriegen. So, es schneit mal wieder hier in Cat City. Ähm, wir haben so viel Essen, wir haben so viel Fisch. Wir haben Bricks. Wir haben langsam aber sicher da hinten Wolle. Wolle. Und dann müsste der hier eigentlich doch... Wo ist er denn jetzt? Wo ist unser Tom Taylor? Hier. Kann der eigentlich nur mit Sting arbeiten? Den müssen wir auch noch upgraden. Letter Clothes. Wool Clothes. Äh, okay. Dann lassen wir die da hinten mal arbeiten. Mit der Wolle. Wir haben Lammfleisch. Und wir brauchen immer noch über 100 Goldba... Na, super. Super, super. Super, super, super. Nee, finde ich nicht super. Ganz ehrlich nicht. Weil, was ist hier los? Was kommt gleich? Das sind die Tools, die ich bestellt habe. Hier wird der Markt gebaut. Das ist mega. Dann haben wir hier... Könnten wir uns tatsächlich die Eisen-Tools mal kommen lassen, um den Tom Taylor mal abzugraden. Bücher. Wofür die Bücher? Bücher ist wahrscheinlich Luxus. Kann ich mir vorstellen. Ähm. Wofür denn Bücher? Garbage? Ob ich Garbage machen will? Cannabis. Hm. Ich hätte gern Cannabis-Seeds. Äh. Nicht viel Geld habe ich gerade. Okay. Ein Cotton Fabric. Gamstone Gold Bar. Gold Ore. Dafür brauchen wir eine Schmelzerei. Das könnten wir tatsächlich machen. Moment mal. Wenn wir Iron Ore kaufen. Und eine Schmelzerei machen. Dann könnten wir jedes Mal, weil das ist, glaube ich, nicht ganz so teuer. Nein, das kostet mich tatsächlich nicht ganz so viel wie jetzt Trade. Dann müssten wir eine Iron-Melterei. Bakery, Tavern, Pottery, Pads. Ähm. Ist ja wieder klar, wenn ich was... Cool. Hier haben wir jetzt die Hunting Lodge. Die. Dann holen wir uns jetzt. Die packen, packen wir nämlich da hinten hin irgendwo. Denn mir geht das nämlich ziemlich auf den Zünder, dass da hinten die Viecher alle rumturnen. Und jetzt brauche ich eine Eisenschmelzerei. Was natürlich nicht... Scheiße. Dann muss ich jetzt auch wieder warten, bis es mir angezeigt wird. Das ist doch zum Davonlaufen. Gut. Ich habe jetzt, ähm... Die Iron Bards erstmal gekauft. Weil wenn wir dann die Schmelzerei haben, können wir nämlich unsere Iron Ore selber herstellen, wenn wir die Schmelzerei haben. Hier wird... Hier wird... Hier fangen sie an, die Steine abzubauen. Das ist okay. Dann kann ich hier bald die Priorität wieder hochsetzen. Das finde ich supi. Wir haben hier aber noch genug Stein über. Ich hoffe, dass die das hier auch irgendwann mal wegverwenden. Die Bricks hier werden auch immer mehr. Die werden hier auch immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Die Fische sind hier auch. Wir müssen eigentlich traden. Aber ich kann gerade nicht traden. Doch hier unten. Wir können hier unten verkaufen. Und zwar die Bricks. Wir haben 1.500. Dann nehmen wir einfach mal die 4,80 weg. Dann haben wir nämlich wieder Kohle. Kriegen wir 5.000 dazu. Und sind wieder bei 10.448 mit 846 Incoming. Das ist supi. Unser Ding hier oben. Medicine Maker ist hier auch. Wenn der Medizinmacher soweit fertig ist, ist das auch nicht schlecht. Was haben wir denn eigentlich hier unten? Wir haben 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. Na, da gefällt mir das mit der Biertaxe besser. Okay, wir müssen, haben wir einen Obdachlosen. Ich meine, wir haben Leute, die frieren, obwohl wir Klamotten gekauft haben. Es ist kein Obdachloser in der Nähe. Ich werde allerdings trotzdem hier noch ein paar Häuser annageln. Hier so. Gut, dann bauen wir hier noch ein Häusli. Das machen wir hier so. Wir haben kein Holz mehr, das ist aber gar nicht tragisch. Dann sorgen wir dafür, dass wir Holz haben. Wunderbar. Dann sollen die da hinten rumbasteln. Hauptsache, die Schule ist fertig. Der Markt ist fertig. Den können wir upgraden. Den machen wir dann Manage. Wir werden hier, glaube ich, sobald alles erlauben, was geht. Klamotten, Kohle. Meinen die nicht. Okay, alles andere ist in Ordnung. Okay, nur die anderen Sachen nicht. Das soll von mir kommen. War zu wenig Wolle. Gut, die Schafe sind auch noch nicht so in der Produktivität, dass das passt. Es sind zu wenig Schafe. Ganz ehrlich, wir haben einen von einem Mitarbeitern. Das werden wir dann schon irgendwie hinkriegen. Hoppla. Hä, wo sind denn die ganzen Klamotten? Hinten sind die schon wieder weg? Wir haben doch 130 Klamotten. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe 130 Klamotten gekauft. Wo sind die? Bauen die da hinten schön gerade das Holz ab? Jawoll, tun sie. Dann können sie das hier gleich auf den Häusern überall noch Priorität. Da ist es, die Schuhe. Okay, bei denen hatte ich es nicht vergessen. Gut, dann hatte ich jetzt die auch schon. Dann können die nämlich auch upgraden so langsam hier. Das ist gerade dabei. Das müsste dann auch gleich loslegen. Ich finde das ja so süß, wenn die sich dann verändern. Und zack. Dich habe ich gerade auch abgegradet. Okay. Was denn das? Was war denn das? Habt ihr das gehört? Schon wieder? Died from starving. Warum? Warum? Warum von starving? Erklär es mir, bitte. Erklär es mir. Hier ist ein Arsch voll Fleisch und Fisch und tralala. Donald died from cold. Ja, ist schön und gut. Ich kann nichts machen jetzt. Leute, was soll ich denn machen? Geht nach Hause, bleibt zu Hause. Ich habe Klamotten bestellt. Wo sind die Klamotten? Ich hatte doch Klamotten. Der macht Klamotten. Der braucht halt nur Wolle. Kann ich nichts für? Das Bier. Bier Taxi. Jetzt muss ich mal kurz hier reinparken. Produktivität. Delivery. Set. Remove. Delivery. Bier. Orange. Mushroom. Bier. Süß. Und wir müssen das wahrscheinlich in der Town Hall einfügen. Kann ich mir vorstellen. Genau. Das müssen wir in die Town Hall einfügen. Da mache ich mal kurz. Wart. Verdammt. Mir frieren die Leute weg. Das ist gar nicht gut. Ich werde wahrscheinlich Autosaving meine 200 Grow Population nicht mehr erreichen. Pass mal auf. Wir brauchen 30.000 Birth Control. Lasse ich mal noch drin. Master Pottery. Master Brewery. Wir werden den mal austauschen und den einpacken. Wir verkaufen den. Okay. Mal gucken, was dann so passiert. Dann bekommen wir. Wir haben nur. Wie geht das? Wir haben 19 Labore und Bilder 13. Warum? Äh, 3. Entschuldigung. Was machen die anderen? Rumlaufen, nichts tun. Oder. Heiliges Unterblechle. Das gibt es. Auf keinem Schiff gibt es das. Hier hinten haben wir immer noch einen Brotkorb. Das kann ich nicht nachvollziehen, warum hier so wenig Brot produziert wird. Das Papier ist auch da. Coal fired. Wahrscheinlich deswegen. Fehlt Kohle? Nö. Zeigt er mir nichts an. Nein, will ich doch nicht. Gut. So. Mein Fruit Gatherer da hinten, der müsste eigentlich ein Arsch voll Zeug sammeln. Das Weed ist hier immer noch drin. Das ist nichts Schlimmes. Das können wir lassen. Die Häuschen. Ich hoffe, dass es bald wieder warm wird, damit mir die Leute hier nicht erfrieren. Ich habe Klamotten. Ich habe Klamotten gekauft. Hier unten steht es doch. Ich habe... Ich verstehe es nicht. Ich habe... Ich habe... Ich habe diese 130 Klamotten gekauft. Fashionable clothes. Das heißt wahrscheinlich aber eher, dass es keine warmen Klamotten sind. Das ist... Das heißt, wir müssen produzieren und zwar ziemlich gut. Das heißt, wir brauchen mehr Wolle. Und hier wird ziemlich wenig produziert, muss ich sagen. Es sind recht wenig Schafe. Hier müsste eine Productivity... Zwölf machen wir. Sieben von fünfzehn Animals. Produktion haben wir zwölf und zwölf Wolle. Ein Worker. Deswegen braucht das so ewig. Es ist nur ein fucking Worker. Aber die meisten Leute haben, Gott sei es gepriesen, überlebt. Das heißt für mich, dass es so bleibt, bis es ist. Und ich finde das hier gerade ganz schnucklig. Hier sind viele schöne Häuser. Hier oben haben wir ein Ding. Hier haben wir den Markt. Der ist cool. Was haben wir denn hier noch alles? Hübschiss, scary. Wir brauchen die Meltereien. Mind Stone? Nein. Fruit Gatherum Mushroom Farm Hunting Ding. Und den möchte ich tatsächlich jetzt noch hoffentlich bauen in dieser Folge. Die ist auch gleich schon rum. Sieht aber nicht so aus. Iron Melter. Hier haben wir ihn. Den hauen wir rein. Den parken wir tatsächlich jetzt. Wo machen wir dann hin? Irgendwo, wo noch Platz ist für Sachen tun. Den können wir vielleicht hier parken. Rotaten. Genau. Scheiße. Uns fehlt Holz. Den kann ich nicht bauen, weil mir das Holz fehlt. Wir haben wieder mal kein Holz. Das ist was, was ich nicht nachvollziehen kann, wenn ich ehrlich bin. Was macht denn mein Forrester? Aha. Okay. Und wo ist der andere Forrester? Den habe ich da hinten hingebaut. Mist. Das heißt, ich muss noch mehr Forrester abholzen. Und zwar da, wo ich es überhaupt nicht wegholzen wollte. Ja. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Um das hier alles abzuholzen. So. Die Häuschen hier unten muss ich auch upgraden. Dann ist das nämlich auch gemacht. Die habe ich schon. Das waren die. Okay. Das ist getan. Alles gut. Gut. Cat City wächst und gedeiht. Finde ich gut. Jetzt haben wir 23 Labore und nur noch zwei Bilder. Das wird ja einmal besser. Okay. Und ich würde jetzt mal sagen, das war es jetzt mal mit der Aufnahme für heute. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Die Folgen werden, wie gesagt, jetzt in den kommenden Zeiten eine bessere Qualität haben, denke ich mal. Ich hoffe, dass YouTube nicht noch weiter runter skaliert, weil das macht meine Videos natürlich nicht unbedingt besser. Ich hoffe, bis hierhin hat es euch gefallen. Lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da. Gerne auch einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, eure Mary Sancho. Ciao, ciao.